Das Unternehmen hat einen Bereich, der wieder sehr motiviert ist, der erfolgreich ist. Und das Schöne war, wir hatten dann die Möglichkeit, unseren Film dem Aufsichtsrat der Lichtensteinischen Landesbank in Österreich zu zeigen. Und ich freue mich, sagen zu dürfen, dass der auf ganz großen Widerhall gestoßen ist, dass da wirklich die Leute begeistert waren. Und unsere Art, ein Team zu sein, unsere Art, junge Leute zu fördern, wie wir miteinander umgehen, unsere Werte, ist, traue ich mich zu sagen, mittlerweile ein Role Model im Konzern.